Was ist ein Bildschirm-Arbeitsplatz? Fragezeichen. Was ist ein Bildschirm-Arbeitsplatz? Nun, Antwort, das ist ein Arbeitsplatz mit Bildschirm-Gerät, Computer, ne? Und das ist der erste Aspekt, also ein Arbeitsplatz mit einem Bildschirm-Gerät. Und das zweite ist, dass der Beschäftigte, der oder die, leistet, jetzt heißt es so schön, einen nicht-unwesentlichen Teil seiner Arbeit an diesem Bildschirm. Ja, der Beschäftigte, leistet, ich überlege gerade, wie ich das hier hinkriege, leistet einen nicht-unwesentlichen Teil seiner Arbeit am Bildschirm. Einfach gesagt, das ist ein Arbeitsplatz mit Computer und die Arbeit, die dort zu tun ist, muss überwiegend am Computer gemacht werden. Ja, das ist ein Bildschirm-Arbeitsplatz. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie direkt zu meinem Schnell-Lern-System. Alles Gute, Marius Ebert. Ja, das ist ein Bildschirm-Arbeitsplatz.